Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingesbühl. Ja, einige Zeit her, aber momentan ist die Zeit für Videos einfach ein bisschen rar. Wir haben unheimlich viele Autos dastehen, wir haben unheimlich viele Leute da und die Problematik ist halt einfach, die Zeit für Videos ist nicht immer so gegeben, weil wir viele Projekte haben, vieles zu tun haben. Und ja, wir finden momentan nicht wirklich Mitarbeiter, also neue Mitarbeiter, weil wir wollen natürlich ein bisschen uns vergrößern, aber dazu fehlt eben einfach Personal und das ist momentan ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das wisst ihr ja selber, es ist alles nicht ganz so einfach da draußen. Fachkräftemangel ist ein riesen, riesen Thema, woher das auch immer kommt. Da gibt es tausend verschiedene Varianten oder Möglichkeiten, aber Fakt ist, dass es einfach so ist. Und ja, damit kämpfen auch wir und wir gucken, wir machen, wir suchen nach wie vor. Also wenn ihr was wisst, wenn ihr Lust habt oder jemanden kennt, der Lust hat, als Herr damit. Ja, warum wir heute dieses Video machen, zwischendrin möchte ich trotzdem immer wieder mal gucken, dass wir die Zeit finden. Wir haben heute mal wieder ein neues System. Ihr kennt es schon mal, das ist schon wieder lange Zeit her. Wir haben das letztes Jahr das erste Mal verbaut bei Markus, bei Fan4Van. Und dieses Mal haben wir einen Kunden da, der aufgrund der ganzen Situation das System auch nochmal will. Ich habe es jetzt mal auf der Werkbank liegen, weil ich, bevor wir es ausbauen, einbauen, euch nochmal näher bringen will, was das Ganze ist, was vielleicht die Vorteile, was vielleicht die Nachteile sind. Und dazu gehen wir mal in die Werkstatt und ich zeige euch das Ganze am besten direkt an meiner Werkbank. So, hier haben wir einen wunderschönen California. Was er natürlich auch kriegt, ist eine C1. Darüber geht es aber nicht. Die haben wir hier schon deinstalliert. Also die Kassetttoilette C1 steht schon parat hier am Eingang. Schon alles vorbereitet, damit wir die verbauen können. Und dann kommt hier die C1 rein. Der California als solches, den kennt er. Das ist nichts Neues, ist ein schönes Auto. Haben wir bei Markus schon etliche Male gezeigt. Oder von Markus her, kennt das ja von Markus seine Videos. Das allerdings ist der etwas kürzere, nicht der 6,80 Meter, sondern das 6 Meter Fahrzeug. So, darum geht es jetzt aber gar nicht. Sondern worum es letztlich geht, ist um die Komponente, was er verbaut kriegt. Aufgrund des Videos von Markus hat er den Wunsch gehabt, von der Firma EcoFlow hier die Installation vornehmen zu lassen. Und zwar haben wir hier dieses wunderbare Gerät. Das nennt sich Powerhub. Der Powerhub ist, ja, wie soll man sagen, ein kleines, ja, ich will jetzt nicht sagen Wundergerät, aber er ist schon, ja, hat schon eine tolle Leistung. Das Gerät hat 3,6 kW als Wechselrichter, hat eine Ladebooster-Funktion bis 50 Ampere, hat einen Solarregler, also man kann hier zwei, drei Solarstrings anhängen. Er hat Batterieslots, also man kann hier bis zu drei Batterien hinhängen, haben wir hier. Letztlich, bei Markus haben wir einen 5 kW Akku hingehängt, hier ist es ein 2 kW Akku, erst einmal. Man kann das aber ja jederzeit erweitern. Finde ich echt eine geile Geschichte. Das Ganze wird dann gesteuert über ein Touch-Display. Okay, das haben wir hier von der Firma EcoFlow, also auch das ist ein richtig tolles Teil, ist ein richtig schönes Touch-Display. Ich blende euch da mal ein paar Bilder ein, wie wir es bei Markus montiert haben. Und hier drunter haben wir dann den 2 kW Akku, der schaut so aus, der ist separat anzusteuern, separat einzuschalten. Also dieser Akku wird einfach mit vorgefertigten Kabel, auch die sind alle hier, wir sehen sie hier liegen, dann dementsprechend verbunden und somit haben wir eine relativ einfache Installation. Beim California nicht, aber da haben wir ein anderes Problem. Aber dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir noch hier eine Verteiler-Geschichte. Auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier haben wir, Moment, mal richtig aufmachen die Box hier. Eine Verteilung und zwar haben wir hier die 12-Volt-Seite und hier haben wir die 230-Volt-Seite. Das heißt, wenn wir hier aufmachen, sind lauter Vakuum-Klemmen drin. Hier kommen wir mit 230 Volt ran, Wechselstrom aus dem Hub. Hier kommen wir mit 12 Volt ran aus dem Hub. Und von hier aus wird dann nochmals alles verteilt. Also hier kann der Kunde separat nochmal extra Dinge dazuschalten. Hier steuern über die Sicherungsautomaten. 230 Volt extra abgesichert. Hier schalten. Hier die ersten fünf kann man sogar über die App schalten. Auch das ist machbar. Also alles in allem schon ein ausgeklügeltes System. Natürlich alles sehr edel verpackt. Hier mit Scheibe und allem drum und dran. Also das macht schon alles unheimlich viel her. Die Kabel sind alle dabei vorbereitet. Dementsprechend auch die kann man gut nutzen. Alle schön gemandelt nochmal. Also das ist schon eine tolle Geschichte, muss man ganz wirklich sagen. Das Ganze arbeitet mit einem 48 Volt System, genauso wie der Akku. Somit ist der Wechselrichter natürlich auch etwas besser in der Leistung, weil er 3,6 kW hat. Muss auch nur 48 Volt umwandeln in 230 und keine 12 Volt. Da tut er sich dann natürlich auch wesentlich leichter. Alles in allem natürlich schicke Geschichte. Auch Booster-Funktion bis 50 Ampere funktioniert hervorragend. Genauso wie die Solareingänge. Also da sieht man auch dann übers Display, was ich euch, keine Ahnung, links, rechts, irgendwo mit einblende, was an Strom rein und raus geht. Natürlich auch mit dem Handy verbindbar. Also das ist auch eine ganz tolle Sache. Ja, alles in einem Gerät mag auch schön sein. Wir haben hier Wechselrichter, Solaregler, Ladebooster und Ladegerät. Alles in einem. Landstromeingang ist hier. Da kommen wir mit dem Landstrom rein. Dann dementsprechend wird das Ganze hier verteilt über das Wohnmobil und diese Box. hat gewisse Vorteile, weil ich nur das eine Gerät habe, was aber schon sehr wuchtig ist, auch sehr schwer ist. Braucht man Platz dafür. Aber hat natürlich auch den Vorteil, dass es nur ein Gerät ist. Wenn halt mal was kaputt ist, haben wir ein kleines Problem, weil dann muss halt immer das ganze Gerät ausgetauscht werden. Das ist die einzige Schwierigkeit. Aber ich muss sagen, das System bei Markus läuft sehr zufriedenstellend. Er selber hat noch keinerlei Ausfälle gehabt. Da war ich auch mit ihm in Kontakt und läuft sehr stabil. Er ist sehr zufrieden damit. Kann alle möglichen Elemente damit bedienen. Für seine Bedürfnisse war das genau das Richtige. Und man hat natürlich hier den Vorteil, dass man durch diese Anschlussmöglichkeit relativ leichtgängig, ohne große Verteiler zu setzen, hier nochmal weg kann und kann da dementsprechend wieder was Neues dazu bauen. Also, es hat schon Vorteile. Für mich allerdings so ein bisschen der Nachteil, dass ich halt an die Gerätschaft gebunden bin. Das heißt für mich, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Bei einer Kombi von WCS habe ich natürlich 3000er Kombi, die auch 3,5 ohne Probleme schafft, wahrscheinlich sogar noch weitaus mehr. Habe ich aber gleichzeitig das Ladegerät mit 200 Amperestunden drin. Solaregler extra, Solarebooster extra. Weil, wenn mal was kaputt ist, kann man das natürlich auch einzelne Komponenten austauschen. Also, ihr seht schon, es hat alles ein Für und ein Wider. Entscheiden muss es letztlich immer der Kunde, was er denn möchte. Es ist eine schicke Sache. Es ist, ja, alles vorbereitet, ist relativ toll. Natürlich ist die Installation deswegen genauso aufwendig, weil die Kabel müssen wir alle ziehen. Das ist nicht das Problem. Das müssen wir sowieso machen. Also, das ist schon trotzdem eine relativ aufwendige Geschichte. Jetzt schauen wir aber allerdings noch mal zu unserem Crafter-Problem. Weil, um das Ganze überhaupt installieren zu können, inklusive dem 2-KW-Akku, der da steht, der ja vom Baumaß her kein DIN-Akku ist, überhaupt nicht, müssen wir beim Crafter noch eine andere Vorbereitung machen. Und da komme ich jetzt mal dazu, weil, sorry, da verstehe ich die Firma VW überhaupt gar nicht. Aber das wird schon seinen Grund haben. So, hier sehen wir den Akku, der innenliegend verbaut war. Aber, kurioserweise, hier in dem Motorraum. Also, jetzt haltet euch fest, das ist tatsächlich so. Bei Crafter ist der Aufbau-Akku für den Wohnraum hier im Motorraum verbaut. Hat den großen Nachteil, dass ich natürlich an diesen DIN-Platz, sag ich mal, als DIN-Akku gebunden bin. Hier mal ganz schnell erweitern, bis auf 300, 400 Amperestunden, schier unmöglich. Das nächste Problem, Lithium-Umrüstung, ja, geht. In der DIN-Größe, ja, geht. Aber ich selber bin da immer gar nicht begeistert, weil wir müssen ja dazu sagen, wir wissen, Lithium-Problematik, Kälte, Wärme, unter 0 Grad nicht mehr ladbar. Jetzt kann man sagen, ja, okay, gibt ja die Ice-Packs mit Heizung drin. Ja, wird aber dann schon schön strapaziert. Und ich bin mal gespannt, da gibt es für mich noch keine Erfahrungswerte. Ich habe zumindest noch nichts gehört. Wenn ich im Sommer bei 35 Grad in Schatten, 40 Grad in Schatten durch Griechenland döne und der Motor hier richtig gut köchelt, wie viel Grad das es hier hat, ob da die Batterie dann noch will, eh weiß ich es nicht. Jetzt jedenfalls, um das Ganze zu installieren, muss man natürlich folgende Vorbereitung mal machen. Man muss die Batterie rausziehen und muss die ganze Verkabelung hier, ihr seht es an den drei Verteilerdosen, wo hier reinkommen, dann dementsprechend komplett abändern. Auch, was ich nicht verstehe, ist dieser Kasten hier von VW. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich finde es schon fast, also jetzt sage ich mal was, da finde ich jetzt ein bisschen, na Moment, jetzt brauche ich mal ganz schnell mal zwei in die Hand, und dass ich das hier aufkriege. So, hier haben wir den Sicherungsverteiler, also hier kommt der ganze Kasten auf den Pol drauf, der wird hier geklemmt und hier sind die Sicherungen drin, 200, 200, 100 Ampere, das ist jetzt nicht so das Dramatische, aber was dramatisch ist oder was ich persönlich sehr dramatisch finde, schaut mal, die sind genietet, die Dinger. Also das heißt, wenn es mir, warum auch immer, mal so eine Sicherung fetzt, dann muss ich diesen ganzen Kasten hier ersetzen, ich will nicht wissen, was der kostet. Also ich habe keine Ahnung, also eine Sicherung kostet 2,50 Euro, aber der Kasten kostet garantiert weit über 100 Euro. Und das finde ich schon echt krass. Also warum man sowas macht, eine vernietete Sicherung, die nicht austauschbar ist für einen Kunden, der mal im Urlaub ist, der mit dem Auto ja gerade dahin fährt, wo man unterwegs ist, erschließt sich mir überhaupt nicht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, eben die Position dieser Batterie und die Stadterbatterie in den Innenraum unterm Fahrersitz zu bauen, auch diese Situation erschließt sich mir nicht. Also da würde ich mir wünschen, liebe VW-Jungs, macht euch da nochmal Gedanken, ob das wirklich so gewollt ist. Also ja, es ist so gewollt, aber ob das so der Schluss der Weisheit ist, ich weiß nicht. Und wenn jetzt jemand so ein Auto für, keine Ahnung, roundabout um die 100.000 Euro kauft und er möchte jetzt ein Autarkpaket, möchte sich vergrößern, muss er zwangsweise hier weg mit einem Lithium-Akku, weil hier kann ich keine zwei Batterien. Jetzt kann man sagen, ja, dann mach eine hier und verbinde. Nein, das geht alles nicht. Die Strecken sind zu weit. Ich kann nicht einfach von hier nach hinten eine Batterie verbinden, das dann auch noch sauber läuft und funktioniert. Sorry, also da bin ich als Fachbetrieb raus. Das ist nicht das Maß der Dinge. Also so kann man es nicht machen. Also der Kunde weiß Bescheid. Wir müssen hier Verteiler setzen. Wir müssen dann dementsprechend das ändern. Gefällt VW natürlich nicht. Bleibt aber keine andere Wahl, weil wenn der Kunde was Vernünftiges an Energiehaushalt da drin haben will, muss man das einfach so tun. Und wir machen natürlich hier den Block raus. Wir machen den Kunden Einzelsicherungen, sodass er natürlich, wenn er auch unterwegs ist mit dem Fahrzeug, die Thematik einzeln austauschen kann, damit dementsprechend, die machen wir dann hier rein, damit man dementsprechend auch reagieren kann, wenn mal eine Sicherung fetzt, dass man dann auch sagen kann, komm, jetzt austauschen, fertig und weiter geht's. So, hier soll das Ganze verbaut werden. Ihr seht schon, mit dem gelben Band wurde schon alles eingeklebt. Auch den Kasten müssen wir ein bisschen verändern. Hier müssen wir dann die Sicherungshalter verändern, den Solaregler müssen wir ändern. Also, hier sind ein paar Dinge da, die ein bisschen geändert werden müssen. Das werden wir tun. Und ja, dann wird das Ganze hier platziert, inklusive Akku, damit wir hier das Technikfach haben. Das wird natürlich sehr sportlich, sehr eng. Zum Arbeiten immer eine spannende Situation. Aber ich denke, wir sollten es auf alle Fälle auf die Reihe kriegen. Das haben wir bei Markus auch hingekriegt. Wobei es da ein bisschen einfacher war. Hoppala. Weil der Markus hat natürlich das Ganze hier reingekriegt. Das war ein bisschen einfacher. Das Fach ist größer, weil er hat ja kein Gas mehr. Hier bleibt Gas erhalten. Somit bauen wir das Ganze in dieses Fach. Aber das sollte kein Thema sein. Das sollte super gut funktionieren. Und ja, ich werde euch auf alle Fälle wieder berichten, wenn das Ganze fertig ist. Wir fangen jetzt morgen Vollgas damit an. Und ich werde euch per Video wieder ein bisschen was mitteilen, wenn es dann fertig ist. Und dann schauen wir mal, wie das ganze System da drin ausschaut. Und vor allen Dingen funktioniert. Ja, Leute. Das war wieder eine kleine Anekdote von der Werkstatt aus Dingelsbühl bei MIGA Caravan. Also ich glaube, wir sind da sehr vielseitig aufgestellt. Natürlich in der Hauptsache verbauen wir WCS-Artikel, weil das ist natürlich für uns schon das richtig gute Produkt, das richtig geiles Produkt. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen Alternative haben. Und der Kunde möchte halt einfach die Firma EcoFlow haben. Haben wir jetzt nicht so oft, aber er will halt einfach dementsprechend mal vom Gebrauch her die Situation so haben, wie es der Markus gehabt hat. Und dann werden wir das jetzt in dem Fall natürlich auch mal erfüllen und schauen uns die ganze Geschichte dann auch an, wie das alles so im Gebrauch dann auch wirklich ist. Ich finde es eine spannende Situation. So Autos finde ich überhaupt sehr schön. Crafter ist schon mein Auto, wo man echt gefällt. Finde ich richtig, richtig geil. Bis die Batteriesysteme, das gefällt mir nicht so, aber gut, das ist halt so. Da kann man nichts machen. VW hat sich da sein Teil dabei gedacht. Wird schon alles so passen. Die würden schon wissen, was sie tun. Ja, so viel wieder aus Dingelsbühl. Ich hoffe, ich kriege es auf die Reihe. Okay, bald wieder ein Video zu tun oder zu machen. Ich würde mir wünschen, dass jetzt aufgrund dieses Video natürlich ein paar Bewerbungen kommen. Nein, Quatsch. Wird natürlich nicht der Fall sein. Das Wetter ist jetzt noch nicht so berauschend, aber ich denke, auch da wird die Saison langsam losgehen und ihr seid schon fleißig unterwegs. Also ich habe schon einige Kunden hier gehabt, die auf der Durchreise waren. Ist wieder richtig schön. Also heute war richtig viel Betrieb auch hier im Laden. Das macht dann wieder richtig Spaß. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns bald wieder aus Dingelsbühl. Bleibt gesund und lasst es euch einfach gut gehen. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Micha. Euer Micha.